Moin Zockerfreunde, willkommen zu einer weiteren Folge The Forest Island Cave und wir wünschen euch ein frohes neues Jahr. Ja, 2020. Kann nur besser werden. Dass es so beschissen wird wie meine letzten fünf Jahre. Ach was, kann nur besser werden, habe ich gerade gesagt. Jetzt bin ich wieder raus. Wir haben leider in der letzten Folge vergessen, euch einen guten Rutsch zu wünschen, weil wir das gar nicht auf Platte hatten, aber egal. Es gibt Schlimmeres im Leben. Eben. Aber wir müssen ja auf jeden Fall noch ein bisschen jagen. Ja, das können wir ja unterwegs machen. Wir holen uns jetzt ja zwei Wildschweine, da ist ja genug zum Jagen dann erstmal. Juhu. Muss mal eben gucken, habe ich noch Wasser dabei. Der ist leer. Verdammt. Ich kriege den hier noch ein bisschen aufgefüllt. Ein bisschen. Na, wir haben noch zwei, drei andere. Vielleicht ist da noch irgendwas drin. Rüstung an, weil in der Nacht sind die ja immer gut drauf, die Jungs. Ja, ich habe volle Montur. Nö, ich nicht. Mir fehlen noch drei. So. Abschließen. Brauchen wir nicht. Eigentlich kommen sie ja nicht, wenn wir nicht da sind. Ähm. Ja. Auf geht's, würde ich sagen, ne? Ja. Wildschweine kriegen wir ja nur da drüben. Auf jeden Fall brauche ich gleich noch mal Knochen, damit ich mir noch mal einen verbesserten Speer machen kann. Also probier mal hier. Irgendwo ist doch... Manchmal sind die Knochen hier in deren, äh... Ja. Fählen. Totempfälen. Totempfahl. Oder? Sind da keine Knochen? Ne. Ne, da sind nur... Ach ja, da sind nur die Köppe drin. Mach dein Feuerzeug an. Habe ich doch? Ne, ich. Ach so. Also mein Typ ist hier. Dein Charakter. Ja. Hier vielleicht? Na, auch nicht, ne? Do I miss. Ach ja. Ein Mond. Ein Mond. Ja, ja. Der Mann im Mond. Oh, ne, ist euch ein Ohrwurm. Ja, auf jeden Fall habe ich jetzt gerade voll Bock, ähm... Diesen Tumbler, äh, diesen Tumbler, sag ich schon, das Bettmobil aufzubauen, ne? Ich spüre, das ist... Da habe ich so Bock drauf. Aber als erstes muss ich wohl erstmal Comics noch aufnehmen, die sind gekommen. Oh. Was machen du da? Ich habe hier eine Schildkröte. Was so? Aber hat gerade den Kopf eingezogen. Ja, weil das eine Landschildkröte ist. Das ist immer böse. Was heißt böse, aber die ziehen gerne mal den Kopf ein, dann. Ja. Der kommt auch nicht mehr raus, dann musst du weggehen. Ach so. Hätte ja sein können, dass irgendwie noch was Spannendes passiert, aber... Ach, verdammt. Jetzt ist es so eine Wildschweine und ich habe gar keine Speere und so. Nee, also nicht wirklich. Ich bin immer nicht so gut mit Pfeil und Bogen. Also ich verlasse mich da auf dich. Ja, ich... Ich habe gerade einen gehört. Vielleicht treffen wir noch unterwegs ein paar... Äh... Einheimische. Eigentlich hat man hier, wo wir sind, eigentlich immer Wildschweine. Aber natürlich, wenn ich... Doch, da ist eins, da ist eins. Warte, 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 warte. Ah, er läuft doch nicht weg. Ast rein. Ach, das war nochmal eins. Ey. Ach so. Nehmen wir das Fleisch mit. Oh, da können wir ja auch gleich noch Wildschwein-Pfee mitnehmen eigentlich. Ja. Aber dann müssten wir gleich wieder zurücklaufen. Und das ist natürlich auch blöd, ne? Naja. Das eine, was du willst, das andere, was du hast, ne? Eins müssen wir noch finden. Da ist noch ein Köfferchen. What, damit bin ich auch voll, oh Mann. Keine Wildschweine, warum nicht? Also normalerweise ist es immer so, wenn du hierher kommst... Also ich sehe die ganze Zeit eins, aber... Ja, dann mach's tot. Geht nicht mit dem Spiel hier zusammen. Ah, hier, bei mir ist eins. Es kommt dir hinterhergelaufen. Es kommt dir hinterhergelaufen. Es kommt direkt zu dir. Es kommt direkt auf dich zu. Bitteschön. Danke. Wollen wir für die Trophäe gleich zurück? Ja. Wollen wir denn sonst noch ein Stück nach rechts laufen? Ja, ich hab jetzt grad die Trophäe in der Hand. Okay. Warte mal, lauf mal nicht so schnell. Falls wir eine Schildkröte noch finden, versuche ich die auch gerne mal mitzunehmen. Ja, da vorne ja vielleicht noch die Nanschildkröte. Wenn die noch da ist, ja. Ah, scheiße. Da ist sie. Hier sind sogar zwei. Ja, nimm noch eine mit. Ja, warte. Woher Egon und Walder sind da vorne? Mist. Du kriegst grad da eins, zwei, drei, vier, fünf. Ja. Sechs, sieben, acht, neun. Komm grad auf dich zu. Sind bei dir. Findest du das etwa witzig? So, ein hab ich. Oh, da riecht die doch nichts. Zwei hab ich. Wer kommt her? Mehr Gollum, Alter. Na toll. Wir müssen eh gleich noch mal zu diesem einen Dorf dahinter. Mittig. Wo man ein paar Pfeile auch sammeln kann. Ah, das war der dritte. Wäääh. Wird das lustig? Ich auch. Keine Ausdauer mehr. Verdammt. Ich bin in Ruhe. Können ja hier gleich erstmal ein Feuerchen machen. Naja. Wolltest du grad deinen Kollegen essen? Oh. Das war ja noch ein Fetter. Oh, ich hab keine Pfeile mehr. Im Sand stecken ganz viele. Ah. Ne. Achso. Du. Aber jetzt ist es trotzdem hier weg. Super. Mann ey. der fette ist auch tot hier bei mir ja soll man feuerchen machen vielleicht so wie ja komm her kann man sich hier mit deinen freunden machen ja wo sind jetzt hinter dir rennt um die rum das nächste große genau du bist richtig da müsste irgendwo liegen ach da ja ich habe ihn gefunden hast rein so dann hast du noch riefel riefel und immer die restlichen glauben das wollte ich gar nicht ich kann nicht mehr knochen nehmen ach so denn ich auch nicht die zwei davon werden wir nicht sterben oh guck mal da ey das war ein heller das habe ich genau gesehen so noch einer da also guter schütze bin ich nicht oh voll daneben ich brauche mir mal eben so ne Dings Rüstung hier 1,2,3,4,5,6 oder so essen dann kann ich nämlich noch ein paar Knochen auch sein ja jetzt ist natürlich der hast du einen Schlückgrütenpanzer jetzt? ne habe ich nicht alles klar weil die sind irgendwie kriege ich die immer nicht mit einem mal tot was denn da los haben wir noch mal nach dem wildschwein weil es natürlich die Trophäe weg ja das passiert leider ernsthaft bestimmt ich habe schon wieder besuch ach hör auf und das auch nicht zu wenig hey der steckt dir genau im Kopf warum fällst du nicht um? ich hoffe ja mal das ändert sich nachher auf dem PC was denn? dass nicht so viele kommen ne das liegt ja auch schon daran wie lange wir hier überleben dann kommen ja immer mehr und dann so ich habe ein Schildkrötenpanzer die arme Schildkröte aber wenigstens etwas ich auch ich habe sie mit dem Pfeil erschossen jetzt wenn ich das ungerne mache aber was soll ich tun ja dann bin ich ja dann kommen wir da nochmal nach Hause ja ich kann nicht mehr so kannst du das Fleisch noch aufnehmen was vor mir liegt ähhh ja ok ich habe dann nehme ich noch die Schildkrötenpäe mit das ist klar ja die habe ich auch schon das war ja da habe zwei wobei sie noch klar lass mich in ruhe ich hab dir nichts getan einfach durchlaufen würde ja gerne ich bin gerade nur müssen erschöpft stücken links stücken links wie ich oder was ja ich dachte du wolltest da die kippe hoch sind schon wieder mehr geworden ich bin ja gleich da ich trottel was hast du gemacht ich bin durchs wasser gegangen das ist die trophäe weg nur dilettanten und alkoholiker hier mit denen ich zusammen spiel echt ja wenn ich mal wenigstens alkohol nehmen dürfte ach scheiße hier kannst du den hasen noch als trophäe nehmen der in der falle drin ist mir fällt gerade ein ich habe mein antibiotikum wieder überbewertet so dann machen wir die kleineren tiere mal ein bisschen weiter unten da kann es vielleicht nur einen hinbauen ich habe einen hasen dabei ja nur ein von jedem tier das mucken wir schon irgendwie so die schildkröte sieht fröhlich aus warst du ein dahin oder so ja ja bin dabei bin dabei bin dabei keine hektik hier ne 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 mein freund keine hektik kann ich auch nur einen reinstecken ja er lasst die zeit alles gut ja ich will das irgendwie gleich hoch aber irgendwie will er das nicht so riefel riefel aber hier schwein schwein was war das noch dreimal seil zweimal stoff nein ich habe keine seile ob ich keine seile sind die denn ich hätte immer genug seile weißt du auch gestern abend im bett haha so was machen wir denn jetzt die Koffer aufmachen die sind doch schon offen ach Mist ich dachte die wären zu so jetzt machen wir nämlich auf Sticks Speere wie viele passen denn da rein ja weiß ich nicht aber ich habe genug anscheinend ich kann keine mehr machen aber ich kann den ein Regen Kollektor nochmal fertig bauen ja und dann setze ich nochmal einen daneben ne jup in der Hoffnung dass das jetzt so einigermaßen gut wird wegen ich habe hier noch eine Exo habe ich auch noch hier ja ja ich mache das gleich da ran ja damit es so ungefähr gleich ist ja das habe ich mir nämlich gedacht deswegen wollte ich nämlich eigentlich die Mauer noch nicht fertig bauen weil der jetzt ja der kommt jetzt viel weiter nach vorne dann setze ich auch woanders hin ja mach jetzt auch ja den setze ich jetzt hier hin ähm tropfiel tropfiel wenn du einen Panzer hast kannst du den nochmal da rein schmeißen ja dann machst du das alles klar so sehr schön so 16 knochen brauchen wir noch ich glaube ich habe noch ein paar ich weiß ich mal eben da oben hin jetzt weiß ich wofür wir den rest von der arbeitsplatte nutzen können knochenkörbe und so können darauf ja stimmt das ist doch eine idee hast du noch ein knochen gut wir waren ich will dir jetzt mal was ich komme nicht über diesen zauber das ist ja krass ich baue dir jetzt mal was und du sagst wie du das schöner findest ich weiß nicht was er meint liebe leute überhaupt nicht so ein paar wir müssen auch noch bauen ja stimmt den wollte ich hinten irgendwie ins wasser packen ja so also entweder ja wir machen uns das einfach und machen das so gucke mal also bist du noch nicht oder wir machen das nicht einfach und machen das jetzt mal zwei verschiedene varianten von das was ich will ja gut ich das ist jetzt nur eine blau pause weil es wäre mit gleich zwei verschiedene varianten entspannte ich doch mal entspannt ich möchte mich nicht was du oder halt sowas hier nur natürlich noch ein bisschen höher dass wir da im endeffekt dass wir da im endeffekt mit treppen höher gehen aber ich glaube das ist das brauchen wir eigentlich gar nicht also wenn wir machen wir das andere ding nur nicht so hoch im endeffekt würde ich jetzt so ein vierer kasten hinbauen und den immer höher bauen und dann latschen wir da mit einer treppe hoch aber ich glaube das ist einfach einfacher wenn wir diese türme weil ich glaube da können wir ein seil ran machen heute gefällt mir das andere besser ja mir auch dann kann man ihn ja so ein bisschen die wand lang und dann treppchen hoch da und dann ist gut so was gefällt dir jetzt besser der turm hier genau dann brauche ich jetzt links rechts wo baue ich denn hier war der eigentlich ganz gut aber wir müssen nur noch mal ein bisschen angepasst werden wo ist denn da da plattform das müsste okay sein von der höhe oder das passt das sind eins zwei drei vier wasser neben direkt noch einen oder falscher knopf passiert ach eins zwei drei vier ja aber der steht scheiße ich und meine perfektion wieder ach das ist ja geil du kannst ja auch in den in diesen transportwagen auch leute mit reinballern ja so dann haben wir hier schon mal zwei türme das heißt wir müssen das holz hacken hinter dir ist schon was hinter mir naja da ist sie dann schmeiße ich das schon mal rein und zwar haben wir eben wieder schlafen geht ja leider ich musste letztens wieder so lachen wieso meine frau hat gesagt sie möchte zu ikea sie möchte sich einsetzen kein ding sagt gucken wir mal ich sage ich fand nur die sessel bei ikea immer nicht ganz so gemütlich denke mal wenn wir ein bisschen mehr geld ausgeben und als beispiel zu möbel schulenburg oder so gehen kriegen wir noch mal was besseres ich finde ich hier eigentlich ganz geil ja manche sachen sind auch geil mittlerweile haben die ja auch sachen mit massivholz und so und nicht nur diese presspappe aber wir haben halt schon öfters in diesen sesseln gesessen na egal sie hat sich da einen ausgesucht und vom ding her ist so ein ohrensessel wollte sie auch haben so alles kein ding ich sag können wir gerne machen so beim zusammenbauen hat sie wieder so ein ding gerissen wo ich mir denke es kann doch nicht sein ich meine eigentlich ist meine frau gar nicht so also die weiß schon so ein bisschen was sie die basteln auch selber gerne und die kennt qualität und so und die schraubt und baut auch gerne aber bei diesem sessel war wieder so du musst es unten an den sessel halt vier füße anschrauben und unter diesen füßen waren auch schon so eine filzdinger angeklebt und ich war gerade dabei die eingehängten seiten die hängt man so in die seite ein und unten schraubt man sie fest fest zu schrauben und dann sagt sie zu mir guck mal an den füßen sieht man doch schon mal dass das qualität ist so naja weil da filzdinger drunter sind und ich war natürlich gerade festschrauben ich sag das ist scheißdreck das ist doch kein kein qualitätsurteil weil da schon filz drunter ist ich sag guck dir das ding mal hier von innen anders überall presspappe drin in dem scheiß ding da muss ich lachen filz noppen unter den füßen ist ein qualitätsurteil okay muss ich nicht oh wir müssen schlafen ja ich fälle nur noch schnell den baum oder auch nicht weil ich eh kein keine keine dings mehr habe schon drin ja zu schlafen mal eben und dann weil folge ist auch vorbei und schon wieder tierischen hunger wir sagen wir wir verabscheuen uns während der aufnahme schlafen wir kurz und dann starten wir die nächste war ja supi supi liebe leute denn da hoffe ich euer kater ist nicht zu groß nach dem silvester trinken doch alle gar nicht ja also werden bestimmt auch welche bei sein wir bedanken so viel fürs zuschauen und in der nächsten folge machen wir mal unsere wehrtürme fertig und dann hoffen wir dass wir die auch gleich mal ausprobieren können ja ja ich sag bis deine antenne